Ja, Leute, schaut doch mal bitte auf meinen Konto-Stand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird knapp, ob ich das wohl hinbekomme. Trotzdem, ich begrüße euch erstmal recht herzlich mit einem standesgemäßen Hey-Ho und schmerzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Mit dieser wunderbaren, beruhigenden Musik, die man wirklich auch so braucht, weil es ist so ein bisschen spannender hier. Weg nicht verbunden, na klar. Ich bin auf der Isla Muerte, wie ihr seit der letzten Folge ja wisst. Und es ist schon ein bisschen kniffliger, muss ich schon sagen. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Noch ein bisschen nach, weiter gespielt nach der letzten Folge. Nun denn, aber bin echt in Finanznot. Und mal sehen, wie ich das hinbekomme. Bleibt mal dran, wird spannend. Ich habe auch noch ein paar andere spannende Sachen vor heute. Also, viel Spaß dabei. Trü, 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 das läuft noch. Ja, mir ist unterwegs der Strom ausgegangen in meinem Expeditionszentrum. Das ist schlecht. Es ist sehr schlecht. Da bleibt alles stocken und so. Ja, ich möchte nämlich gerne noch das Genom für den Velociraptor vervollständigen. Außerdem auch noch ein Gehege für die Velociraptoren bauen. Das gefällt mir hier nicht so. Da sollte eher nochmal ein Pflanzenfresser hin. Ankylosaurus vielleicht. Und ich suche jetzt mal nach einer Stelle. Vielleicht hier hinten. Ja, so schlage ich mich ganz gut. Zweite Sternchen ist angekratzt. Das ist nicht so schlecht. Bisher ist auch noch kein weiteres Unwetter aufgekommen. Ich hoffe mal, das bleibt so. Ich befürchte aber hier das Allerschlimmste. Aber ich habe keine gefährlichen Tiere, die unsere Besucher fressen. Ja, bevor ich es gerade sage, hier. Ein Sturm. Ein Tropensturm. Was machen wir mit den Leuten? Sollen wir die jetzt mal hier reinlassen? Schutzraum öffnen. Jetzt passen da alle rein, oder? Okay, direkt der Alarm ausgelöst. Ja, je. Das ist doch schön, dass ein bisschen die Zeit vergeht. Da, was ist das? Ein Wirbelsturm, oder wie? Ach, ne, komm. Ich habe Angst. Ich habe definitiv Angst. Oh mein Gott. Oh. Können wir uns jetzt mal in den Hubschrauber schwingen. Sollen wir das mal machen? Komm, wir fliegen den Hubschrauber mal ein bisschen durch die Gegend. Durch den Sturm. Macht man doch so, oder nicht? Da haben wir auch wieder eine Beschädigung irgendwo. Wir machen Gewinn. Das ist gut. Also, den Wirbelsturm sehe ich nicht irgendwo irgendwo im Tornado. Boah, ist das spannend hier im Helikopter. Wir müssen die Gehege überwachen, Leute. Da oben ist doch wieder irgendwie ein, irgendwas kaputt gegangen. Was sind denn da für Zornen hier, dass wir so einen Sturm nicht aushalten? Okay, da muss ich landen mit dem Ranger mal gucken. Äh, der Wind. Ist das cool. Oh. Ja, okay, ich muss das ja nicht machen. Man landet ja gar nicht, äh. Man landet gar nicht manuell. So, die letzten Leute suchen den Schutzraum auf. Ich muss gucken, wo hier was kaputt gegangen ist. Wo ist was kaputt gegangen? Äh, da oben. Muss repariert werden. Das Forschungszentrum und... Ach, es sind nur Gebäude. Okay. Gut, die Zeichen muss ich erstmal deuten lernen. Ja, ist auch ein Gebäude. Stimmt. Okay, kann ich das denn jetzt wenigstens von hier aus machen? Ja, diesmal geht's. Das war am Anfang, um so ein bisschen mehr Stress zu erzeugen. Sehr gut. Puh. Okay, den Sturm haben wir auberstanden. Ich finde das super spannend, wenn da der Sturm aufkommt. Boah, ey. Geld, ja, reicht wieder für neue Expeditionen. Aber jetzt wird hier erstmal repariert. Da können wir weitermachen. Hahaha. Komm, wir brauchen noch mehr vom Velociraptor. Oh, wir könnten vielleicht die Leute auch wieder aus dem Bunker lassen. Sonst wären die sauer. Die können auch kein... Ah, komm, raus mit euch. Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unüblichen Ereignisse entstanden sind. Prima. Hahaha. Jetzt wieder Sturm. Hahaha. Alle wieder rein. Hahaha. Okay. Prima. Ja, ich habe bisher auch nur so ein Fastfood-Restaurant. Äh, wie komisch. Die müssten eigentlich auch als Schutzraum dienen, ne? So, finde ich... Finde ich jetzt... Meine Meinung. Aber gut. Äh... Gäste. Was können wir für die Gäste noch tun? Da haben wir kein Geld für. Was ist das, der Schutzraum? Das ist ein Souvenirladen. Das ist ein Kleiderladen. Dann haben wir sonst... Haben wir nix. Sonst haben wir nix. Aber es gibt noch viele Sachen. Äh, Bowlingbahn. Super. Ähm... Kleiderladen. Nehmen wir das Billigste. 120, 130. Nehmen wir ein Kleiderladen. Der ist der Billigste. Gegenüber. Passt das? Irgendwie hier hin? Äh, so. Hahaha. Das ist immer ein Rätselraten. Aber guck mal, das sieht doch auch gut aus. Ich... Das sollte funktionieren, ne? Da ich inzwischen ja auch zwei Elektrizitätswerke habe. Da ist ja nämlich kein Strom mehr hier, ne? Es war überhaupt nix mehr zu machen. So, äh, können wir mal gucken hier. Äh, leere Ab... Das trägt man hier. Ausfallschutz 1 auf jeden Fall. 40.000. Und den Upgrade-Platz auch noch belegen mit verbesserter Leistung. Ach, ich wollte doch mal gucken, wie viel das vorher war und wie viel das jetzt ist. Das sind 68. Ah, wie viel war es vorher? Weiß ich nicht. So, Forschungszentrum. Da müssen wir auch noch reingucken. Da habe ich hier auf Muerto noch nicht, äh, noch nicht reingeschaut. Und ich denke mal, es gibt ja jetzt auch einige neue Dinge. Oh, hier im Gehege. Standardzäune. Schwerer Stahl. Standardzaun. Okay, das ist gut. Das haben wir schon. Beobachtungsattraktion. Auch super. Das wäre vielleicht was für den... ...für das Raptor-Gehege. Obwohl, die ist ein bisschen hoch, ne? Die sind ja doch eher klein, die Raptoren. Aber dann bei solchen komischen Tieren wollen wir lieber hier so in die Zäune investieren. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Zwei Fossilien kleiner Pflanzenfresser soll ich noch finden. Ich nehme das alles an. Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die Richtige. Wieso sollte ich dir nichts sagen, wenn ich etwas Neues finde? Also, das ist der Typ, der sich so gerne reden hört. Das sind so schöne Sachen. Hier haben wir noch ein neues Isla Muerta. Da erfahren wir mehr über diese Insel. Isla Muerta ist im Muertas Archipel zwischen Isla Matanceros und Isla Sorna. Auch hier fanden keine bekannten indischen Operationen statt. Das sind die Ersten, die hier was versuchen. Ihr Name bedeutet Todesinsel. Die dicht bewaltete Insel verfügt über attraktive Küstengebiete. Das stimmt. Sie ist bekannt für das äußerst schlechte Wetter. Das stimmt auch. Also, die Küste ist mir auch schon aufgefallen. Schon in der letzten Folge. Hier vorne. Moment. Sehr schön hier. Vor allem mit diesem Steilhang hier vorne. Da muss ich halt an Lost World denken, an den Film, wo dann der Karawane darunter stürzt. Aber den auch hier. Machen wir mal hier mal weiter. Was sagen wir hier mit Expedition Kohle? Haben wir zu... Oh, wenig, wenig, wenig Geld. Wenig Geld. Wenig Geld. Teilweise erschöpft. Hier könnten wir nochmal hin. Wir könnten auch nochmal hier bleiben. In Amerika. Oh. Das sollten wir mal machen. Das ist sicher sehr lohnenswert. Ich bin der Meinung, man könnte hier noch einen Schutzraum hinsetzen. Und hier weiter hinten... ...ein Velociraptor und Gehege bauen. Hier so richtig... ...hier in diesem Bereich irgendwie. Apropos, haben wir hier eigentlich Wasser in den Gehegen? Fällt mir gerade ein. Jaja. Okay. Hatte ich das schon mal fast vergessen, ne? Oh, weia. Hier sollte mal was nachgefüllt werden. Ranger! Ranger-Team! Reagiere auf Nachschubanfrage. Ja, dann reagiere auch mal. So, mal gucken. In der Karte ist das denn auch wirklich groß genug hier. Diese Ecke hier. Können wir mal versuchen, ne? Wenn es denn mein Money, Money zulässt. Schauen wir mal nach Zäunen. Da haben wir hier... ...diese Zäunen. Aber wir sollten elektrische Zäune nehmen. Auf jeden Fall. Bei den Raptoren elektrische Zäune. Und dann weiß ich schon, wie ich den baue. Und zwar hier so. Kein Strom. Ja, ist klar. Kein Strom. Da haben wir hier so eine leichte Kurve rein. Noch ein bisschen runter. Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. Vielleicht ruhig ein bisschen diagonal. Krankheit eingedämmt. Sehr gut. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Augenblick. Bin gleich soweit. Und jetzt hier mal eben anschließen. Gut, das ist Zäune. Ja. Schön. Dann machen wir eins nach dem anderen. Erstmal das kranke Tier. Und zwar... ...die Reinterstation. Richtig. Da... ...Fahrenvergiftung zur Heilung benötigt. Oh, 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 oh. Was machen wir denn da jetzt? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Oder haben wir doch schon... ...medizinische Behandlung? Äh, hier. Fahnenvergiftung. Schnell, schnell, schnell. Vielleicht weniger als eine Minute. Das geht vielleicht noch gerade eben. Oh. Katastrophe. Ich möchte nicht, dass was Tier stört. Wir müssen das schaffen. Ich möchte nicht, dass meine Tiere sterben. Lenken wir uns mal eben ab. Hier Silber. Silber ist mal gut. Komm, direkt weg damit. Sehr gut. Das kann durchlaufen. Das ist gut, dass man das alles so durchlaufen lassen kann. Ach, tu meine Güte. Die haben sich angesteckt. Es sinkt. Es sinkt. 80 Prozent. Oh. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Also, Ranger. Kein Problem. Bestätige Aufgabe. Daneben. So, die habe ich auch schon upgrade, die Jäger. Die können jetzt schon besser schießen. Wollte ich jetzt nicht selber machen. So gut bin ich noch nicht. Außerdem habe ich ja jetzt hier. Okay. Der andere auch? Ist der andere auch? Ja. Gesundheit steigt. Daran erkennt man immer, dass alles wieder in Ordnung ist. Auch er hier. Ja. Zurück also zum Velocity Raptoren Gehege. Was noch Strom braucht. Wo kriege ich den Strom jetzt her? Hier vorne. Prima. Stromzaun. Dann. Besucher Terrasse. Und dann bin ich wieder da, wo ich am Anfang der Folge war. Was den Cochum-Stadt angeht. Schauen wir mal, ob wir den Weg dahin bekommen. Kleinen Umweg gehen hier. Macht aber auch nichts. Reißen wir den Rest wieder ab. So, alles gut. Jetzt brauchen wir Futter und ein Tor. Ich hoffe mal, ob das noch reicht. Ich glaube, Futter ist richtig teuer. Haben wir kein Geld für. Okay, pass auf. Was ist denn überhaupt mal mit Finanzen angesagt? Habe ich noch gar nicht mit befasst. Können wir hier irgendwie Kredit aufnehmen oder sowas? Moment. Ausgaben, Einnahmen, Finanzüberblick, Einnahmen, letzter Monat, bla bla bla. Bla, Ausgaben, bla bla bla, Expedition, bla bla bla. Äh, nö. Können wir nicht. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrungen haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragen weiter entsprechen. Machen wir auf jeden Fall. Aber ich kann keinen Kredit aufnehmen. Das ist schade. Gut, muss ich was warten. Ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wir haben auch schon einen hohen Parkwert hier. Das ist alles machbar. Äh, dann baue ich hier unbedingt noch ein, so ein Rettungshaus. Schutzraum, so. Einige Zeit ist vergangen. Weiter geht's. Ich baue hier gerade genau richtig eine Sturmstation. Ich habe den Auftrag bekommen, 60% der Insel abzudecken mit Sturmabwehr. Ausgerechnet jetzt zieht auch wieder ein Sturm auf. Und ich werde jetzt mal sofort alle Schutzräume öffnen. Und die Leute bitten, doch mal kurz in Deckung zu gehen. Waaah. Jetzt hoffen wir mal. Ah, eins ist schon kaputt gegangen. Irgendein Gebäude. Da hinten, glaube ich. Herrlich, diese ganzen Ansagen in vielen Sprachen. Struktur bestätigt. Ja, wir schicken den Ranger-Rack raus. Wir haben auch zwei Ranger-Teams jetzt. Okay, den Sturm haben wir überstanden. Meine Güte, ja. Wirklich. Hätte ich mir jetzt selber gar nicht so getraut. Ganz schön knifflig hier. Ja, vor allem habe ich immer noch nicht wirklich viele Tiere. Weil ich kein Geld mehr habe. Das ist auch ein Problem mit dem Velociraptor. Der kostet nämlich auch 700.000 oder so. Jetzt habe ich darauf spekuliert, vielleicht mal den Ceratosaurus zu verkaufen. Den haben wir aber nur gar nicht. Der kostet auch 700.000. Dieses Gehege ist ja noch völlig leer. Und ich hatte mir überlegt, dass man den da vielleicht mal kurz reinsetzen könnte, um ihn dann mit dem Helikopter abzuholen und zu verkaufen. Allerdings, ja, der kostet auch erstmal 700.000. Habe ich noch nicht. Und ich muss ja auch in der ganzen Zeit ständig wieder neu investieren. Gerade ist auch wieder ein Expeditionstrupp unterwegs. Vielleicht haben wir hier nochmal ein paar neue Fossilen. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Doch tatsächlich, seht man. Und das ist immer wichtig, dass man das macht. Immer die Expeditionen raushaut wie der Teufel. Äh, denn die bringen auch immer kostbare Materialien mit zurück. Wie hier jetzt Silber jetzt mal wieder. Vorhin hatte ich Platin. Das bringt über 360.000. Also das lohnt sich schon richtig. Und kann einem gut aus der Patsche helfen. Da kommen die Kosten für die Expedition wirklich dicke wieder rein. Ein Anki wollte ich mal machen. Ich hatte noch nie ein Anki gemacht. Das ist ein neues Tier. Und vielleicht da auch noch ein Triceratops rein. Und das wäre ziemlich cool. Ach, wir sind ja schon da. Da machen wir das auch direkt noch hinterher. Guckt euch das an. Der Veloceraptor wird auch inzwischen richtig gut. Kommt so langsam aus dem Quark. Warten wir das noch eben ab. Und dann geht es weiter. Da, was sag ich denn? Platin. 360. Sehr gut. Dann noch mehr Veloceraptor. Abdor, klar. Der soll richtig toll werden. Siehe da. Dank meiner neuesten Expedition, die wieder Platin herangeschafft hat, habe ich jetzt das Geld zusammen für den Ceratosaurus, für dieses Experiment. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, wie man den verkauft. Da stand ein Hinweis von wegen, das würde man mit dem Helikopter machen. Gut. Dann versuchen wir das mal. Ich werde jetzt ein Ceratosaurus-Haus herstellen. Ausbrüten. Muss man natürlich sagen. 700.000. Ja, gut. Mal gucken, was der auch einbringt. Also 709 kostet er. Das wird jetzt nochmal etwas dauern. So, und dann werde ich den mit dem Helikopter, glaube ich, betäuben müssen. Und dann gibt es da, glaube ich, eine Schalter. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Oh, ja, das ist auch gut hier. Also denken Sie bitte darüber nach. Ja, klar. Machen wir alles so. 100.000 Umsatz. Ja, bis ich da hinkomme. Wir haben drei Gehege und vier Tiere. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen. Ja, mein Lieber. Das geht hier ab, ne? So, ja, weil hier ist ein leeres Gehege. Hier hinten ist ein leeres Gehege. Da sind alle vier Tiere drin. Gut. Es ist soweit. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Ja, das ist jetzt schon der Wink mit dem Zaunfall. Das ist ein Zaunfall. Definitiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde es auch wirklich furchteinflößend. Ja, Leute, kommt mal den Zaunfall aus angucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar, ja, er hat schon das Fütterchen entdeckt. Wir können den hier nicht lassen. Das geht nicht. Wir können den jetzt rüber transportieren. Aber da wollte ich ja die Velociraptoren haben. Ich probiere das auch aus. Ich möchte den hier verkaufen. Hey, wir haben die Einnahmen von 100.000 schon geschafft. Ha, ha, ha. Ja, geht doch, Leute. Ich musste den Park nicht neu anfangen, oder was? Alles gut. Also, wir holen mal den Helikopter her. Mal gucken, wie das jetzt geht. Ich glaube, hier mal betäuben. Anfrage bestätigt. Gucken, wie der das schafft. Erst betäuben und dann den anderen Helikopter holen. Den Transporthelikopter. Und ich glaube, da kann man dann einen Schalter drücken verkaufen. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann behalte ich das Tier. Und brauche halt noch ein Gehege. Hier kann der nicht bleiben. Wenn der mitbekommt, dass da kein Strom drauf ist, auf den Zäunen, dann ist aber was los hier. Na, Helikopter, kriegst du da denn hin, oder was? Ich sehe wieder nichts. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da. Schnell, 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 schnell. So, und dann? Ja, verkaufen. Was? Ey, das ist ja Verlustgeschäft. Das ist ja Verlustgeschäft. Aber gut, machen wir trotzdem. Ich will jetzt wissen, ob das so funktioniert. Also, der kommt jetzt einfach ran. Oh, dann wird er verkauft. Und dann sollten wir ungefähr eine Million auf dem Konto haben. Boah, ich dachte, ich kriege da jetzt das Doppelte. Das bringt ja überhaupt nichts. Wieso soll ich die verkaufen? Ein Nagelhäustier. So alte Dinger, die können wir höchstens verkaufen. Die schon bald abkratzen. So, tschüss. Klappt das denn jetzt? Ja. Ich finde das gut. Sehr interessant. Haben wir es? Ja. Ich habe gehört, sie haben sich bei diesem Verkaufsauftrag selbst übertroffen. Naja, kann man jetzt nicht so sagen. Falls das stimmt. Gute Arbeit. Ja, wenn ich ehrlich bin, war ich mit dem Deal jetzt nicht so einverstanden. Aber gut. So ist das manchmal im Business, ne? Business ist Business. Also, 1,2 Millionen. Langsam kommen wir wieder in die schöne Zone, wo es Spaß macht. Und ich komme jetzt vielleicht auch meiner Welle zu den Raptoren. Ob das dann noch klappt. Und was ich bis zur nächsten Folge noch so alles auf die Reihe kriege oder auch nicht. Das seht ihr dann eben, wenn ihr wieder einschaltet. Worauf ich mich doch sehr freuen würde, ja? Oder worüber ich mich sehr freuen würde. Mir macht es jedenfalls noch Spaß. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank für heute erstmal fürs Zusehen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Bleibt sauber. Habt noch viel Spaß. Und lasst euch keine Angst sein, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.